herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft teams und ja es kamen in den letzten tagen keine folge minecraft teams weil ich ein bisschen gekränkelt hatte ich war krank und konnte deswegen keine weitere folge minecraft teams aufnehmen beziehungsweise ich wollte keine aufnehmen weil ich mich einfach nicht dazu in der lage geführt habe ich habe dennoch was gemacht auf dem server habe meine water images verlernt hat was gemacht allerdings habe ich nicht aufgenommen weil ich einfach dazu nicht in der lage war melon joshi ist übrigens auch dabei hallo und der hat mir nämlich gerade noch netherwhite ingot gebracht und das finde ich sehr sehr schön und dafür bedanke ich mich sehr recht herzlich denn es fühlt sich so gut an sowas in der hand zu halten oh mein gott ich habe ein neues tun ich will einmal also das hat ich weiß nicht ob ich das schon gezeigt hat ich glaube nicht das hat der liebe melonen joshi gebaut ich finde es eigentlich ganz nice ich dachte zuerst dass hier so ein so ein stand bleibt aber nie der meinte die stände da hinten aber egal ich finde es eigentlich ganz nice aber es ist jetzt so leer da müssen wir noch mal was hinbauen und die kirche ist natürlich fertig und ich habe das dach da angebracht genau du brauchst dann noch mal was und ich habe das dach angebracht ich habe ja eingerichtet eigentlich noch nicht aber ich habe hier oben schon mal die glocke aktiviert nee ich habe die glocke angebracht und ihr müsst natürlich die glocke aktivieren das würde mich sehr freuen und das würde euch auch sehr freuen weil dann verpässt er keine videos mehr das ist eine win-win situation das ja also immer schön abonnieren und die glocke aktivieren und kein video mehr von mir zu verpassen eines es landet dann bei euch in der abobox ich bin gerade in der kirche und ich komme jetzt aus der kirche weil ich möchte nämlich was zeigen noch ich muss ja noch was zeigen und zwar wo bist du da kommen sie mit ja erst einmal der dude ist blöd der verliert seinen job nämlich nicht aha okay ach das kann sein weil ich schon richtig getradet habe ich weiß es nicht ja ach wissen ich war ja ich auch dass das sieht man auch in der folge kommt unter die klingel das nein doch den brauche ich für die nennen werde ich weiter ja den werde ich weiter reparatur muss es wird ja möchte ich hier so ein feldchen bauen und hier so so ein savann feld okay du hast nicht wieder aussehen oder gut ach dass diese sind die ohne diese holzdinger also sie sind einfach bloß am boden geklatscht nein mit holzdinger meine ich es gibt mehrere ach okay ja dann war einfach aber baue einfach genau macht das das ist eine gewisse hier ist ferdinand 2.0 habe ich das gefühl du hast gerade ferdinand 2.0 geschlagen hör auf ferdinand 2.0 zu töten das war es dann auch mit ferdinand 2.0 ja ja ich werde in der zeit mal meine rüstung upgraden macht das ich weiß jetzt noch nicht ob ich meine rüstung somit den ich ich kann dir dann gleich mal geben bevor ich die upgrade mit den enchantmings ob das ob das so geht ja ich habe da jetzt einfach irgendwelche enchantmings drauf geklatscht wo ich denke sie sind gut aber ob sie gut sind weiß ich natürlich nicht weil ich bin hier was enchantmings und genauso wie war es braun und keine ahnung command block und redstone und also solche sachen angeht bin ich grottenschlechter nicht übeln danke jetzt habe ich natürlich meine sprache wieder umgestellt das versteht natürlich wieder gar nichts noch also eigentlich ist es sehr deutsch nur halt kein richtiges deutsch es ist katzendeutsch ähm ich hab mending mending never break 2 never break was fuze war tour wüken 1 fall 2 und never break 2 mal nicht ach das finde ich finde ich so lustig irgendwie ich wollte was in dieser folge machen weiß aber nicht mehr was mir ist es dann doch eingefallen dann ist es mir wieder nicht eingefallen jetzt ist es mir eingefallen ich wollte nämlich nachdem nein da ist kürzien nasty stuff ok das war es dann auch mit kurdo hier guck dir das mal an was soll ich es mir jetzt angucken ja auch hier entscheiden es gut ich dachte ich wollte nämlich mal wieder unser mining hund besuchen na schon nach über zehn folgen kannst du so lassen ja zu nur reparatur drauf die schraube ja ich weiß nur haltbarkeit drauf ja ansonsten empfehlen wir was ich noch drauf machen so wenn man jetzt noch überall schutz drauf machen ist das ok und dornen dann ist es sonst ok schiller heißt wir müssen bibliotheker welches dornen das höchste was ich kriegen kann doch mindestens dornen zwei ok dort und sagt mir sehr gut ich habe ein dorn zwei buch noch zu hause liegen na ich würde es noch nicht drauf machen okay wo ist dieser eine bibliothek hat er das alles geschwindet hat das tod irgendwie so ach stimmt dann hat melonia stehen doch hier so eine schmiede gebaut ich echt schon die sehr nice finde so wird es jetzt aussehen ja hat was hat eigentlich wirklich was was ich aber jetzt erst mal machen werde als die schuhe hast du gesagt kann man so lassen die finde ich ganz in ordnung ok mit federfall zwei da gehe ich jetzt mal nach wie viel nach elf folgen zu dem mining hohen wenn es noch da ist ich will es hoffen na wenn es nicht die sport ist wenn es nicht die sport ist habe ich jetzt noch stimmt jetzt weiß ich noch was ich heute noch machen wollte jetzt muss ich halt bloß den weg finden wie ich da hingekommen bin ich glaube ich habe den weg gefunden hier ist ja ich glaube das mining hohen war zottel zottel der lokation was ist das bienenwanderung das bewege ein von drei bienen bewohnten auch das habe ich so ich hier habe ich das meine nun das letzte mal gesehen in folge 2 hier ist ein zombie genau hier war die höhle genau mal gucken ist es hier noch das ist ja so geil wenn das hier noch wäre ich glaube es ist ja aber nicht mehr also ihr seht jetzt natürlich nichts ich sehe auch nichts also ihr seid nicht damit alleine dass er nichts seht hier irgendwo habe ich das hier habe ich das irgendwie zuletzt gesehen schade ist es nicht mehr da wirst du von mir hat das zwei mining höhner gefunden übrigens ich hatte zwei gefunden ach ja das ist eine aber das eine war nicht das richtige es gab dieses eine richtige was hinter mir oder war das meinst du das das ist aber ganz tief jetzt habe ich gerade schon wieder die koordinaten das sollte ich vielleicht nicht machen oh mein gott oh mein gott wegen diesen creeper habe ich gerade dieser creeper hat einfach gerade diesen boden aufgesprengt und somit habe ich eine komplette viermal also eine dia ader gefunden alter dank dem ding nicht abbauen habe ich schon da haste ich schon gemacht weil ich habe glück da hättest du mehr rausbekommen danke creeper danke danke jetzt habe ich vier dias mehr dass das freut mich aber ich glaube das meinigen meinigen hohen ist leider nicht mehr hier unten ein like ein mitleid für das meinigen mit der stelle den schmiedetisch hast du denn bei dir zu hause nö dann ist er noch in der mitte nee warte mal warte mal warte mal warte mal in der schmiede ne schmiede nicht hier ist noch der metzger mit der schön und gut aber ne das schmiedetisch ist dann doof gar nicht der ist nicht in der schmiede schmiede habe ich ihn nicht dran gemacht ich habe jetzt noch sind wolle hier ist noch jetzt noch meine katze ich aus dem fenster guckt ganz gerne hat es gerne mitkommen aber nur wenn ich das in meiner truhr müsste ich in meiner truhr haben da habe ich in der truhe ja warte ich brauche ihn bei mir auf wie funktioniert das mit dem kartentisch kartentisch kannst du karte vergrößern oder verkleinern okay gut zu wissen ach so und dann wollte ich noch anmerken es wird aber ich habe kein essen es wird bald ein neues ohne viel zu spoilern ein neues projekt geben und bald mal nicht montag ja hier in meinem haus im keller ist das können wir mal erst mal essen ich will nicht viel spoilern es wird ein projekt mit uns beiden und ja ich bin einfach nicht guckt euch an hat spaß und seid froh seid happy was line bei wuff wuff ist halt schon ein schickes haus hier ist der schmiede tisch geht die schuhe jetzt habe ich das jetzt habe ich bin ich eigentlich blöd oder so jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt habe ich das 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 dinge das netter weit netter weit in die kiste getan ach komm ich habe genau ein op in gott und ich werde es jetzt tun verwandle dich ich habe jetzt mit allem gerechnet aber nicht damit ja ich habe das müsstest du jetzt auch einschneiden also wenn du das dieses best off wenn das video rauskommt das war es jetzt wieder komplett so übel so übel ist auch unerwartet so übelst random halt einfach ich wusste auch nicht was ich sagen so in der firma ein verwandle die sag ich verwandle dich genau hier fällt auch nicht sein da sag ich immer verwandle dich genau für alle das war es jetzt wieder ok jetzt haben wir wieder gelacht wie lange geht die aufnahme schon 26 minuten das ist gut lachen ist halt gesund lachen ist gesund lachen macht schlank hä ja da gibt es irgendwie so ein spruch lachen macht schlank eigentlich noch ein babydorf gewohne was ist eigentlich aus 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 dings geworden aus tiefseetaucher der ist noch irgendwo im wasser ist aber ganz schön weit hinten im wasser nö eigentlich vorne also ich habe mir zuletzt vorne im wasser gesehen ist aber nicht mehr da das gefühl verlieren wir jeden gefühl machen wir schon mit der sterben irgendwann ist also zehn folgen später ist tot oder der ist bloß irgendwo anders hingelaufen aber wie soll denn der sterben hier ist er ach lol hier ist auch noch so ein anderer die gehen erstmal meinen wie haben die das denn geschafft ach lol ok alles gut Entwarnung die leben noch oh mein gott Kettenhaube Feuerschutz 1 die hebe ich mir auf so dann werde ich jetzt was hast du gerade gesagt was das kann gerade das kann gerade das kann gerade sehr sehr creepy Effizienz 4 das mache ich so das kann Effizienz 4 das mache ich was das klang so übelst komisch hä aber wie wollen wir die wollen wir das jetzt machen wollen wir so eine dreierreihe machen guck mal her ich komme komme wo bist du in der kirche in der kirche in der kirche in der kirche scheiße ich komme in den falschen richtung ich lauf zu meinem haus hin ich komme ich komme irgendwie so aber sonst geht es dir gut nein ich würde ja die Schilder obwohl Schilder geht ja nicht das geht ja nicht deswegen muss ich ja aber so geht das auch ja oder hier die das hier weg machen die hier die Reihe nochmal so weg hier so ja das wollte ich dich halt fragen ob das so drei oder ob oder ob zwei würde ich eher sagen auf der einen Seite zwei und auf der anderen drei auf beiden würde ich zwei sagen damit das synchron aussieht synchron symmetrisch aussieht so das war ein bisschen klein aus aber ich finde irgendwie das sieht dann besser aus das ist ja und hier machen wir so einen roten Teppich hin ja ich gehe kurz rote Wolle holen aber so geht das es ist was mich stört ist deine verdammte Tür ey mach die bitte so hin wieso denn das packt mich ab mach das so Alter das weckt mich auf die ganze Zeit Ey Zombie so wie groß ist so ein Dorf hier seht ich ich will hier irgendwas in die Mitte noch machen ich möchte so ein Kreuz dahin machen oh mein Gott ein Kreuz du hast recht Alter oh mein Gott passt das so warte ich komme gleich mit dem Kreuz so würde ich sagen was ist wenn wir auf diesen einen Weg irgendwie so Glowstone machen was sich wenn man in die Kirche reingeht so mit pistes hoch fährt Hä das stelle ich mir echt schon die übsten heiß vor gehen wir noch pissen pissen habe ich Alter das mach ich das ist sogar eine ganze reiche die hoch fährt na guck mal komm mal komm mal in die Kirche ich komm gleich das ist dann quasi warte kannst du es mir doch nicht zeigen wenn ich nicht mal da bin ne wie stellst du dir das vor dass ich es wenn ich sehe du bist überall ich bin überall und nirgendwo du bist überall und nirgendwo du bist überall und nirgendwo warte wir bin ich wenn das hier so dann hier so zuerst zuerst hier so so Holzbretter sind und wenn man reinkommt dann komm mal Teppich hier mach mal Teppich hin da kann dann allgemein schon Close Zone hin ja und das wenn man das das dann hier so Close Zone rein rausfährt aber Close Zone sieht man halt da nicht weil da Teppich ist ich finde das aber trotzdem nice ja wir können da Close Zone hin dass quasi so eine Beleuchtung dann rausfährt aus dem Boden heraus aber wir können auch hier einfach drum herum um das obwohl ja auf das aber dann finde ich es so leer wenn wenn hier ein bloß Teppich ist aber das mache ich mit dem Close Zone das mache ich du kannst ja das mit dem Close Zone an der Seite machen vom Teppich dann das stimmt ich baue halt ein Altar da ab ja ja mach das ich weiß nicht was Doc Lenny macht aber ich meine wir sind produktiver wir sind produktiver ich frage mich sowieso was machen die die ganze Zeit das habe ich mich auch bauen die auch irgendwas oder glaube ich nicht also die ganze Zeit für das Farm oder tun die es wäre interessant zu wissen ach du hast doch Pisten in der Bambus Farm ja hier Bambus Farm ja hier Bambus Farm ja hier Bambus Farm ey komm mal zur Kirche und ich möchte jetzt noch vom Kirchturm diesen Dach möchte ich noch irgendwie ändern so ein Zwiebel Dach möchte ich machen vom was vom Kirchturm vom Kirchturm ja dieser Dach dann möchte ich so ein Zwiebel Dach machen guck mal sieht das so gut aus hier so kräftig so ja das hat was nur halt dass der Priester halt jetzt nirgendwo mehr stehen kann obwohl er kann nicht hier so stehen ja eigentlich actually ist es voll nice ich finde es nicht so schön es hat was es ist ganz schön groß aber es passt ich bin erstaunt dass das in unserem kirche einpasst aber ich kann auch was ist das überhaupt rein passen tut aber noch okay da bin ich erstaunt ja das finde ich das finde ich immer nice hat was das hat tatsächlich was wenn man reinkommt dann kann man vielleicht noch so eine so ein anstrich machen so ein gebet oder so ja also ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben was ihr davon haltet ich finde es geil warum ist da ein golem an der grenze ok grenzwerte soll heute so unser zoll ferdinand alter du bist ja auch noch alles ist ja auch noch das gibt es ja auch noch und der bambus von der großen hier oder meinten von der da hinten dort wo allgemein kakt das war nicht von hier so ach so ich wollte gerade sagen weil sie ist ja noch die präsent von erhalten ist ja auch von der ganz alten ja gut dann ist es da darfst du nehmen perfekt danke stimmt da gibt es ja auch noch zahlreich was zu blöden und eigentlich gibt es ja auch noch mit sondern so ich nicht nichts aus der truhr nehmen okay aus der truhr würde nichts mehr du hast ja schon alles ein bisschen kaputt gemacht aber ja über das schweizten das gut weil ich da die pistons mal genommen habe das sind ja die pistons die ich jetzt für die jetzige bambusform habe okay er möchte frau neu das ist das ja ja das ist gut also ja schleim blöcke hast du glaube ich nur schleim blöcke habe ich nicht schleim wenn du hast du noch fünf stück ja es reicht ja 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 sondern da habe ich auch noch was klauter alles von mir das jetzt hier muss ich bloß noch wissen wie man die dinge kauft ach so kraft ach so okay bei der slime pistons wolltest du ja noch ja brauchst keine schleim blöcke aber ja ja ich weiß okay mal gucken wie viel ich dafür brauchen vielleicht bleibt sogar kein 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 schneiden weil übrig ferdinand wo bist du jetzt schon wieder du brauchst aber keine lebige pisten kannst du doch so lassen wieso denn in der mitte kommt teppich ach gott junge nein nein du verstehst das nicht wie ich das machen würde meine armen schneiden würde ja die gibt es jetzt nicht mehr also sag mal ich weiß nicht ja ja ferdinand unterhält sich hier gerade mit golem ach das wird schon wieder eine super meisterleistung von mir das zu cutten übrigens ja ich war krank und habe gekauft und ich weiß nicht was mit mir los ist soll ich heute dort lenny suchen stimmt das wollten wir ja auch machen soll ich das heute machen ja das können wir heute machen was wollte ich jetzt gerade machen ach so aber es ist nicht ganz nach norden gegangen wollte ich mal anmerken wir sind auch stück die sind auch richtung westen wissen wir das nicht in der schule schon gesagt nein sie sind nicht nur nach norden die sind auch ein ganzes stück nach westen gegangen weißt du das weißt du das ganz genau ja ich habe geplünderte dörfer gefunden und da waren wir nicht so richtig erstmal jemanden da bist du ja und was soll ich ach so close zone habe ich noch gelöst dann hast du noch close zone ja close zone habe ich ok Los Ferdinand Hop Hop hu hu ha hu hu ha hu ha 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 hihääää éch participation Hey perfekt eingepackt LandverRIA sollen ich jetzt äh suchen gehen jah du kannst schon mal suchen gehen noch zeit aber übrigens den physik vortrag weiter gemacht ich auch ich habe zur geschichte weiter noch geschrieben ja ich habe ich habe zu meinem flugzeug habe ich jetzt eigentlich alles raus geschrieben was was wichtig ist ja zur geschichte habe ich einiges raus geschrieben einiges habe ich noch gelassen weil ich vielleicht seine meinung dazu auch noch brauchen so ja ich muss das auch noch mal wo ist mein pferd wieder hin ja so ich glaube ich werde jetzt mal suchen gehen oder ich bin irgendwie gehypt ja ich bin irgendwie gehypt auf das neue projekt so ich würde einiges und blöcke brauchen da los geht's ich meine zum verlieren habe ich ja nichts ja du gehst im netter ne ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020